Nachdenkseiten Die kritische Website Stimmen aus der Ukraine Wie Kiew jeden Kritiker zum Staatsverräter erklärt Ein Artikel von Maxim Goldab In letzter Zeit lesen bzw. hören wir oft in den ukrainischen Nachrichten oder im Fernsehen von sogenannten Staatsverrätern, die vom ukrainischen Sicherheitsdienst oder den Staatsanwälten enttarnt wurden und staatsfeindlicher Aktivitäten sowie des Verrates verdächtigt werden. In der Regel handelt es sich bei den sogenannten Verrätern um bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Politiker, welche die Politik der Regierung kritisieren, sich für Frieden aussprechen oder korrupte Machenschaften des derzeitigen Regimes aufdecken. Viel weniger bekannt sind jedoch die zahlreichen Fälle in denen normale Bürger wegen absolut geringfügiger Vergehen ebenso als Verräter gebrandmarkt werden. Regierungskritische Beiträge in sozialen Netzwerken oder auch nur ein Like auf Facebook reichen aus. Ein Einblick in die Mechanismen des Kiewer Unterdrückungsapparates. Die Behörden verfolgen dabei mehrere Ziele. Erstens, die Aufmerksamkeit der Ukrainer von ihren eigenen Fehlkalkulationen, Fehlern, Verbrechen und Versäumnissen abzulenken. Zweitens, Aufbau des Bildes von sogenannten Volksfeinden. Drittens, die strafrechtliche Verfolgung von politischen Gegnern und Konkurrenten. Und viertens, Schaffung und Pflege einer allumfassenden Atmosphäre der Angst, des gegenseitigen Misstrauens und des Hasses in der ukrainischen Gesellschaft. Der Verwirklichung des Prinzips Teile und Herrsche. Die Punkte 1, 2 und 4 zielen auf das Erzielen psychologischer Ergebnisse ab, wie zum Beispiel die massenhafte Täuschung der Gesellschaft, die diese in den Abgrund der Angst und Misstrauen stürzt und die Aufmerksamkeit von der Realität ablenkt. Punkt 3 ermöglicht es, mit Gegnern der Obrigkeit umzugehen, sie von der politischen Ebene zu entfernen, sie in Gefängnisse zu werfen, sie zu verstümmeln oder sogar zu töten, sie zu verfolgen, ihnen ihr Eigentum und ihre Geschäfte wegzunehmen. Die Uneingeweihten stellen sich zweifellos eine Frage. Warum werden Gegner der Behörden und andere Personen oft unter genau diesem Artikel des Strafgesetzbuches, unter genau diesem Verbrechen Hochverrat angeklagt? Die Antwort lautet wie folgt. Der Wortlaut des Straftatbestandes Hochverrat in Artikel 111 des Strafgesetzbuches der Ukraine ist sehr vage und abstrakt. Was dem Strafsystem die Möglichkeit gibt, jeden zu belangen, der vom Präsidenten oder seinem Team angezeigt wird. Ich möchte die Leser und Hörer daran erinnern, dass die derzeitige Fassung dieser Bestimmung von Abgeordneten der Partei von Präsident Selinsky verfasst und angenommen wurde, sodass es nicht verwunderlich ist, dass sie genauso ausgefallen ist, multilateral, vage und je nach Aufgabe oder Anweisung von oben unterschiedlich auslegbar. Schließlich müssen sie zugeben, dass die Formulierung eine Handlung, die zum Nachteil der Souveränität, der territorialen Integrität und Unverletzlichkeit, der Verteidigungsfähigkeit, der staatlichen, wirtschaftlichen und informationellen Sicherheit der Ukraine begangen wurde, beliebig ausgelegt werden kann und letztlich jeder unter diese Begriffe fallen kann. Das Wichtigste und Entscheidende ist, wer heute in der Ukraine das Recht hat, diese Worte anzuwenden, auszulegen und zu bewerten. Offensichtlich sind dies nicht die Gerichte, sondern die Sonderdienste und Staatsanwälte, beide sind absolut abhängig und werden vom Präsidenten oder seinen Strukturen ernannt und abgesetzt. Nachdem er an die Macht gekommen war, hat Zelensky alles getan, um die Ernennung aller Leiter der Strafverfolgungsbehörden zu beeinflussen und seine Leute dort unterzubringen. Jetzt, während des Krieges, ist es ihm gelungen, die gesamte Macht über die Justiz in der Ukraine in seinen Händen zu konzentrieren, obwohl dies absolut im Widerspruch zu den Bestimmungen der ukrainischen Verfassung steht. Denn die Leitung der Ermittlungsbehörden GBI, SBU, Staatsanwaltschaft, Polizei und BEB und des Justizwesens wird nun vollständig vom Präsidentenamt kontrolliert und ist ihm gegenüber rechenschaftspflichtig. Das heißt, sie wird von ihm ernannt und abgesetzt. Darüber hinaus ist Staatsverrat ein besonders schweres Verbrechen und die Sanktion des Artikels 111 sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren vor, während das Strafprozessrecht die Festnahme eines Verdächtigen nach diesem Artikel ohne Recht auf Kaution und Freiheit zulässt. Zweifellos würde jeder vernünftiger Jurist aus einem demokratischen Land, das über ein unabhängiges und relativ faires und unparteiisches Justizsystem verfügt, die Frage stellen. Aber um die Schuld einer Person an einem so schweren Verbrechen zu beweisen, braucht man eindeutige und unwiderlegbare Beweise, die auf ausschließlich legale Weise gesammelt wurden, wie zum Beispiel Materialien von operativen Maßnahmen, zum Beispiel Abhörgeräte, Lesen von Korrespondenz, Überwachung, Video- und Audioaufnahmen von Gesprächen, Treffen, Aktionen, physische Beweise, qualitative Agentenberichte. Und nur auf der Grundlage der Summe all dieser Beweismittel und ihrer umfassenden Bewertung vor Gericht wäre eine faire und objektive gerichtliche Entscheidung über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten möglich. Und der Jurist hätte mit seinem Einwand vollkommen recht. Allerdings mit einer Einschränkung. Wir sprechen hier von der Ukraine im Jahr 2023. Werte Leser, Werte Hörer, in Ihrem Rechtssystem ist es notwendig, gründlich die Schuld einer Person vor einem Richter zu beweisen, um ihn vor Gericht zu bringen. In der Ukraine, seit dem Beginn des Krieges, gibt es dafür keine Notwendigkeit mehr, in keiner Form. Man muss den Gegner der Behörden, also die Opfer, einfach nur festnehmen und in Gewahrsam nehmen. Und das ist alles. Weiter werden in der Haftanstalt unerträgliche Bedingungen geschaffen, es wird gefoltert und gequält, erpresst und missbraucht. Und er ist auf unbestimmte Zeit dort. Das ist auch heute der Fall. Die ganze Welt kennt die schreckliche Situation mit linken Aktivisten und Antifaschisten, den Brüdern Alexander und Mikhail Kononowitsch, dem Publizisten und Blogger Dimitri Skvorsov, der Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin Elena Berejnaya, die für ihre antifaschistische Haltung bekannt ist, und vielen anderen Personen des öffentlichen Lebens, die sich aus der Opposition heraus zu Wort gemeldet haben. Leser und Hörer werden einwenden, aber es ist unmöglich, einen Menschen zu ergreifen und hinter Gitter zu werfen, indem man ihn eines der schwersten Verbrechen gegen das Land beschuldigt, wie es die Gestapo einst in Nazideutschland tat, ohne irgendwelche, zumindestens die geringsten, Gründe und Begründungen. Es ist möglich. Heute in der Ukraine ist es möglich. Aber um der andauernden Gesetzlosigkeit und Rechtlosigkeit wenigstens den Anschein einer gewissen Legitimität zu geben, haben die Strafverfolgungsbehörden SBU, SBI und Staatsanwaltschaft gelernt, und jetzt geben sie Acht, die Worte und Äußerungen einer Person, ihre Kommentare und Beiträge in den sozialen Netzwerken, von sogenannten Experten überprüfen zu lassen. Zu diesem Zweck nehmen die Beamten der Staatsanwaltschaft die Worte eines jeden Gegners der derzeitigen Regierung, sei es ein Post in sozialen Netzwerken, eine Rede im Fernsehen oder ein Artikel in der Zeitung, und ernennen und führen eine spezielle forensische-linguistische Untersuchung durch, bei der ein Sprachexperte die Fragen beantwortet, die ihm im Rahmen der Untersuchung gestellt werden. Erstens. Steckt in diesen Worten etwas Schlechtes gegen die Ukraine? Zweitens. Gibt es irgendetwas, was darauf hinweist, dass die Person indirekt oder direkt den Feind unterstützt? Und drittens. Stehen diese Wörter in einem kausalen Zusammenhang mit irgendwelchen Folgen? Und so weiter und so fort. Wie Sie wissen, kann schlecht jedes Wort, jede Position, jede Aussage genannt werden. Denn es handelt sich um eine äußerst relative und bewertende Arbeit, eine äußerst subjektive Wahrnehmung, die von einem forensischen Sachverständigen vorgenommen wird. Und das Hauptproblem in einem solchen Fall ist es, den richtigen Experten zu finden, der die Worte des Opfers des Regimes richtig bewertet und das richtige Gutachten schreibt. Woher kommt dieses Fachwissen? Wie wird dieses Fachwissen formalisiert? Und hier ist das Interessante für diejenigen, die die Arbeit des derzeitigen Systems der Verfolgung Andersdenkender in der Ukraine nicht kennen. Ein Teil des Gutachtens kann in staatlichen Institutionen für forensische Gutachten erstellt werden, wo der Sachverständige vom Institutsleiter einen Auftrag erhält, den er erfüllt und das Notwendige schreibt. Da die Experten in der Ukraine derzeit keine Verantwortung tragen, können sie schreiben, was sie wollen. Darüber hinaus gibt es einfach speziell geschaffene, also ernannte Sachverständige, denen das staatliche Verfolgungssystem geholfen hat, die erforderliche Lizenz des ukrainischen Justizministeriums zu erhalten, welche es ihnen erlaubt, sprachliche Prüfungen durchzuführen. Sie werden vom staatlichen Verfolgungssystem unterhalten und bekommen gute Honorare, für die sie einfach die vom System geforderten Gutachten abstempeln. Wenn sie ein schlechtes Gutachten brauchen, schreiben sie ein schlechtes, wenn sie ein gutes brauchen, schreiben sie ein gutes. Die Schlussfolgerungen des Gutachtens dienen dann als Basis für die Strafverfolgung und werden zur Grundlage für die Verfolgung einer Person, Verdächtigung, Fahndung, Festnahme, Verhaftung, Inhaftierung und so weiter. In den letzten anderthalb Jahren wurden in der Ukraine mehr als 1500 Strafverfahren unter dem Artikel Hochverrat eingeleitet. Das heißt, im Durchschnitt werden jeden Tag zwei oder drei Strafverfahren unter diesem Artikel eingeleitet. Lassen Sie mich noch einmal wiederholen. Die Schlussfolgerungen der Ermittlungsbehörde im Einklang mit dem Gesetz haben für das Gericht keine Bedeutung und sind kein Beweis für die Schuld einer Person. Solange der Fall vor Gericht verhandelt wird, spielen keine Beweise eine Rolle, sondern nur alle Beweise, die vor Gericht erhoben oder vom Richter während des Prozesses untersucht wurden. Damit aber der Verdacht besteht, dass eine Straftat begangen wurde, muss die Ermittlungs- bzw. Strafverfolgungsbehörde zumindestens einige Daten sammeln, die irgendwie darauf hindeuten, dass die Meinung der Ermittlungs- bzw. Strafverfolgungsbehörde über die Schuld einer Person richtig ist. Genau aus diesem Grund sind solche bewusst falschen Gutachten über angeblich staatsfeindliche Äußerungen einer Person erforderlich. Das bedeutet keineswegs, dass Menschen verurteilt oder für schuldig befunden werden. Im Gegenteil, ein normales Gericht würde sie für unschuldig und ihre Schuld unbewiesen halten. Aber das wird offensichtlich nicht so bald passieren, sondern erst, wenn das derzeitige Regime wechselt. Wer von den politischen Gefangenen dies erleben wird, ist leider eine rhetorische Frage. Sind Informationen über den Frieden und für den Frieden anti-ukrainische Informationen? Für die derzeitige Regierung, die in Anführungszeichen Kriegspartei, diejenigen, die wollen, dass der Krieg weitergeht, die damit Geld verdienen oder ihren politischen Lebenszyklus verlängern? Ja. Sie erklären Menschen zu Feinden und Verrätern am Vaterland. Das Regime tut dies mit Hilfe von Mitarbeitern der Sonderdienste, Staatsanwälten, Ermittlern und Richtern und gibt ihnen entsprechende Anweisungen. Aber fragen Sie sich, die oben genannten, die diese illegalen, kriminellen Anweisungen ausführen. Was werden sie dann tun, wenn die Macht im Lande wechselt? Es ist unwahrscheinlich, dass es vielen von ihnen gelingen wird, aus der Ukraine zu fliehen. Und es ist unwahrscheinlich, dass irgendein zivilisiertes Land den Tätern Hilfe und Unterschlupf gewähren wird. Ich hoffe, diejenigen denken darüber nach, bevor sie einen weiteren Strafbefehl ausführen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über who you are. Alle Ränge Inhalte 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 Inhalte